Hey Leute, heute mal wieder was Kleines, aber Feines von jemandem aus der Community, der sich gerne in den Kommentaren melden darf, wenn er das möchte. Finde es in letzter Zeit spannend, auch andere zu Wort kommen zu lassen, ihre Erfahrungen bzw. Blickwinkel auf das Ganze an euch weiterzugeben. Denn vier Augen sehen mehr als zwei. Meine Erfahrungen und meine Entwicklung sind auf mich fokussiert. Gerade beim Thema Mindset, welches ich als sehr viel spannender und wichtiger erachte als reines Ex zurück, glaube ich an einen massiven Mehrwert hierbei. Und natürlich kommt ihr ohne entsprechende Anstöße, die euch persönlich weiterbringen, auch selten bis gar nicht in eine Situation, die Ex zurück erst ermöglichen und, ja, nur als eine von vielen Optionen für euch eröffnen wird. Die Fülle ist das Ziel, der Weg aus dem Mangel. Und an der Stelle rufe ich gern nochmal dazu auf, wenn ihr eurer Entwicklung eine Stimme geben wollt. Meine Stimme. Für diejenigen, die momentan in der hochemotionalen Situation stecken, in der ihr vielleicht mal gesteckt habt. Wenn ihr was zurückgeben wollt, dann kommt gerne mit auf mich zu. Aber jetzt zum Thema. Kümmere dich um dich selbst. Das ist wichtiger als alles andere. Das rät sie dir vielleicht, während oder nachdem sie die Trennung ausgesprochen hat. Mit diesem Appell kannst du jetzt in diesem Moment höchstwahrscheinlich überhaupt nichts anfangen. Um dich selbst kümmern? Das wäre das Allerletzte, woran du gerade denkst oder was du fühlst, während hier mit einem Mal vorsätzlich deine Welt aus den Angeln gehoben und vollends auf den Kopf gestellt wird. Dieser Satz mag ja irgendwo rücksichtsvoll klingen, empathisch, liebevoll, gütig. Und doch, die dir soeben verabreichte gefühlte bittere Pille namens Trennung macht sie nur noch giftiger. Schauen wir mal auf diesen Satz. Sie hat sich von dir getrennt. Begründet lag diese Trennung höchstwahrscheinlich in einem Verlust ihrer Anziehung, der bei ihr bewirkt hat, dass du schlichtweg gefühlsmäßig nicht mehr so auf sie gewirkt hast, wie das ursprünglich mal der Fall war. Anders ausgedrückt, die dir entgegengebrachten Gefühle reichten nicht mehr aus bzw. fühlten sich in ihrem Empfinden nicht mehr stimmig als Grundlage einer gemeinsamen Zukunft an. Tun sich hier gerade außergewöhnlich viele Fragezeichen auf, möchte ich schon an diesem Punkt empfehlen, abzubrechen und zunächst andere Videos aus der Playlist hier abzuspielen. Zum Beispiel Liebe, Unterschiede Mann und Frau oder Trennungsgrund Nummer 1. Kannst du gerade beim Hören innerlich zustimmen, bleib gern weiter dabei. Denn wie unzählige andere Männer stehst du jetzt gerade an einem wichtigen Punkt, der dein ganzes Leben verändern kann. Beschäftigst du dich hier weiter mit dem Material, wird dein Leben nicht mehr dasselbe sein wie zuvor und ein Zurück gibt's auch nicht mehr. Gerade dann, wenn du einiges verstanden hast. Daher die oft zitierte Anspielung auf die rote Pille, die Morpheus Neo im Film Matrix anbietet, die ihn ins Wunderland zu bringen vermag. Gleichzeitig aber dadurch auch in die Realität, mit der effektiv gearbeitet werden und wodurch man sich an den Punkt der Kontrolle dieser ganzen Dinge bringen kann. Machen wir weiter mit der provokanten, aber elementaren Frage mit Blick auf deine Aufarbeitung der Trennung. Hast du dich gehen lassen in der vergangenen Beziehung? Hast du aufgehört, dich in deine Karriere reinzuhängen? Hast du deine Freunde vernachlässigt, dein Krafttraining schleifen lassen oder deinen sonstigen Sport, der dich einst so zufrieden machte und Teil deines damaligen Alltags war? Bist du bequem geworden, hast deinen Bauch angesetzt, nicht mehr täglich gelesen, um dich weiterzubringen und dein einziges Hobby war Zocken oder Serie suchten? Naja, willkommen im Club. Ist jetzt so und mit Blick auf die Beziehung, die hier gerade ihr Ende fand, nicht mehr zu ändern. Also, frisch getrennt. Du findest hier auf dem Kanal unfassbar viel Content, wie dein neues Leben, das jetzt beginnt, ausgestaltet werden kann. Auch wenn es erstmal das Letzte ist, was du vielleicht hören willst. Dein Ziel ist das Überwinden deines schlechten Gefühls und der Leere in dir. Beschäftig dich mit deiner Karriere, deinen Finanzen, deinem sozialen Kreis, deinen Hobbys, deiner Gesundheit bzw. deiner körperlichen Verfassung. Und vor allem natürlich mit dir selbst. Was bist du heute eigentlich für ein Mensch und was willst du morgen für einer sein? Was sind deine Werte? Wofür stehst du ein? Was ist dir wichtig? Was ist dir egal? Was willst du in deinem Leben erreichen? Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielte? Du kannst und solltest für dich selbst schauen, womit du anfängst und was du schon leisten kannst. In jedem Fall wirst du früher oder später verstehen, was der Satz Kümmer dich um dich selbst bedeutet und warum er dir gesagt wurde. Du hast dich möglicherweise in deiner letzten Beziehung komplett selbst verloren. Doch die gute Nachricht ist, jetzt hast du die Chance, dich selbst wiederzufinden. Ja, sogar vollkommen neu zu erfinden. Ein neues Leben zu beginnen, auch wenn dir der Gedanke vielleicht Angst macht und auch wenn du doch bloß deine Ex zurück willst. Noch WhatsApp. Habt ihr zusammen gewohnt und steht damit dein Auszug in eine neue Wohnung auf dem Programm? Ja, ich verstehe. Du willst das nicht und alles, was du willst, ist bei ihr bleiben bzw. in ihrer Nähe. Doch musst du zunächst einmal die jetzige Trennung mit all ihren Konsequenzen akzeptieren, bevor was auch immer sich da bieten wird, wieder möglich sein wird. Und hier fängt es schon an. Richte dir deine Wohnung ein und zwar genauso, wie du sie haben willst. Im besten Fall hast du zuvor ein finanzielles Polster bilden können, das dir verschiedene Anschaffungen nach deinen Vorstellungen ermöglicht. Mach es dir gemütlich und spar auf keinen Fall übermäßig an dir selbst und der sinnvollen Ausgestaltung deines neuen Lebens. Es geht dir wahrscheinlich bereits schlecht genug, sei also nicht übertrieben streng mit dir. Es gibt das Sprichwort, man müsse Geld haben, um welches zu machen. In diesem steckt eine ganze Menge Wahrheit aus der Investmentwelt. Clever investiert mehrt sich das, was du einsetzt. Was ich damit meine, zielt auf ein ganz entscheidendes Thema. Deinen Selbstwert. Denn jedes Mal, wenn du an dir selbst irrational sparst, wertest du dich selbst ein Stück weit ab und gibst dir das Gefühl, es, nun ja, eben nicht wert zu sein. Ja, vielleicht hat Mama dir früher im Supermarkt an der Kasse die Schokolade verwehrt und vermutlich gab es auch gute Gründe dafür. Doch bist du heute erwachsen und stellst deine eigenen Regeln für dein Leben auf. Ich habe mich selbst dabei ertappt, einer guten Freundin ein Taxi anzubieten, während ich selbst meine Strecke laufen würde. Kann man aus gesundheitlicher Sicht sicherlich positiv werden, doch bei Minusgraden nachts? Und vor allem, mit welchem Hintergrund? Hinterfragt solche Entscheidungen regelmäßig, da hier Glaubenssätze zugrunde liegen können, die offenlegen, was ihr euch selbst wert seid. In meiner früheren Weltanschauung war Taxifahren exklusiv was für reiche Menschen, nicht für mich. Also, neue Wohnung, neue Einrichtung, schaut zu, dass ihr gut zu euch selbst seid. Sparen ist sinnvoll, doch schaut ganz genau hin, warum ihr was beabsichtigt zu tun oder zu lassen. Um auf das Thema Investment zurückzukommen. Eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio ist dir zu teuer und du siehst es nicht ein? Okay, doch lass dir raten, dich und deinen Körper trotzdem auf Kurs zu bringen. Zur Not auf anderen Wegen. So einige, auch hier auf dem Kanal im Discord-Server, werden dir bestätigen, dass es dir gut tut und keinesfalls verschwendete Zeit oder rausgeworfenes Geld ist. Und noch ein spannender Fakt am Rande, den ich ja leider nicht mit einer Quelle belegen kann. Doch las ich im Netz einmal von einer Studie, die belegte, dass gut trainierte Angestellte, die in Gehaltsgespräche gingen, deutlich mehr erwarten durften als völlig unsportliche Kandidaten. Kein Shaming, kein Bashing. Manchmal gibt es ja auch medizinische Gründe gegen sportliche Aktivitäten. Ja, in meinen Augen. Lassen wir das. Und doch klingt es für mich plausibel und für alle, die das jetzt hören, hoffentlich ebenfalls. So gesehen ist beispielsweise Sport als dein Invest in dich, indem du deinen Wert steigerst. Und sei es nur der, der dir durch den sogenannten Halo-Effekt unausgesprochen zugeschrieben wird. Da darfst du am Ende auch mehr erwarten. Und das ist ein Beispiel von vielen. Tu dir ab und zu selbst was Gutes. Lad dich zum Essen ein. Besuch Weiterbildung. Gute Coaches können dich auch weiterbringen. Als Leitmotiv sollte gelten, steigere deinen Wert mit allem, was du tust. Und achte dabei auch auf deine psychische und seelische Gesundheit. Direkt nach meiner Trennung habe ich mich selbst gern zum Essen eingeladen oder auf ein Eis. Offen gestanden erschien mir das zunächst völlig ungewohnt, da eine innere Stimme mich immer wieder mit verrückten Argumenten davon abbringen wollte. Das ist zu teuer, das ist ungesund, das könntest du auch im Supermarkt preisgünstiger bekommen und und und. Gerade um diese Stimme zum Schweigen zu bringen, eigne dir einen Lebensstil an, in dem du es dir wert bist. Das wäre mal Level 1 zur Steigerung des Selbstwerts. Fiktives Beispiel, einfach zu besseren Vorstellungen der Thematik. Na klar, kannst du dir zu Hause in der Mittagspause eine Tiefkühlpizza aufbacken, die dich 3 Euro kostet. Du freust dich dabei vielleicht um eine Ersparnis von x Euro. Doch nehmen wir mal an, du wärst zum Italiener in der Innenstadt gegangen. Vielleicht hättest du dort einen smarten Geschäftsmann getroffen, mit dem du dich anschließend hättest zusammentun können, weil ihr dort beim Warten auf euer Essen ins Gespräch gekommen seid und dabei gemerkt hättet, dass ihr gemeinsam ein tolles Unternehmen aufbauen könntet. Ihr findet nicht heraus, wer oder was alles euer Leben hätte bereichern können, wenn ihr ständig in eurer Wohnung hocken bleibt. Heute, etliche Monate später, stehe ich jedenfalls an dem Punkt, dass ich sage, ja, ich könnte mich selbst auf ein Eis einladen. Doch ist es inzwischen in der Regel schon nicht mehr das, was ich will. In Zusammenhang mit meinem Training freue ich mich auf meinen verdienten Eiweißshake im Anschluss an ein gelungenes Workout bzw. esse Quark mit irgendwelchen Früchten, wenn mir der Sinn nach Süßem steht. Aus meiner Sicht und frei von jeder Überheblichkeit ist das wieder ein weiteres Level, das ich da erzielt habe und das ich allen weiterempfehlen möchte. Die Botschaft ist hoffentlich rübergekommen, doch die heutigen Kernaussagen nochmal zusammengefasst. Erstens, kümmere dich um dich. Wenn dir das schon jemand sagen muss, auch wenn es deine Ex ist, nimm es für voll und schau ganz genau auf dein Leben, wie es bisher war. Zweitens, du hast nur dieses eine und das letzte Hemd hat keine Taschen, wie man so schön sagt. Tu dir gelegentlich selbst was Gutes und denk dran, wenn du dich selbst jedes Mal irgendwo verletzt oder klein machst, dann legst du für dich selbst einfach zu strenge Regeln fest, während du bei anderen Menschen gleichzeitig womöglich sehr spendabel und großzügig auftrittst. Drittens, schau, ob das, was du tust, reiner Konsum ist oder ob es dich selbst weiterbringt. Bist du durchsetzungsfähiger in Gehaltsverhandlungen und kannst durch erarbeitete Zertifikate glänzen, steigerst du deinen Wert. Und so bringst du dich Stück für Stück in ein Leben, das dir immer mehr Fülle bietet. Florian brachte es in einem Livestream wunderbar auf den Punkt. Konzentrierst du dich im Durchschnitt zu 80% auf dich selbst und gibst 20% an andere, werden auch die 20% deutlich mehr, sobald du die 80% massiv nach vorne gebracht hast. Abschließende Botschaft also für dieses Video. Fokus auf euch. Gern mal in die Kommentare mit guten Vorschlägen, wie man selbst in sich investieren kann und was aus eurer Sicht probate Wege für ein tolles und starkes Gefühl dabei sind. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.